Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder euer Odin und ja, ich werde jetzt zwei Videos machen. Einmal Odin war shoppen und einmal habe ich hier was, da habe ich nicht was bekommen. Von Amazon. So, im Titel habt ihr das ja bestimmt gesehen. Hier ist dann so das Amazon Logo. Und hier ist so ein Beutel. Ich habe ihn auch noch nicht ausgepackt und hier ist so ein Zettel dran. Und auf diesem Zettel steht, macht euch beide einen schönen gemütlichen Abend. Viele Freude mit dem Geschenk von Nico. Nachnamen lese ich nicht vor, in Klammern Oberhavel TV. Da jetzt mal recht herzlichen Dank an Oberhavel TV. Im Livestream hat er das ja gesagt, aber ich habe nicht gedacht, dass er das wirklich macht. Ich habe gedacht, das ist ein Spaß von ihm. Da war ich echt perplex, wo ich das heute ausgepackt habe. Und ich mache das jetzt mit euch hier einfach mal auf. Ist auch echt schön verpackt von Amazon, wenn so eine Geschenkverpackung kommt. Mit so einem Beutelchen und dann die Schleife. Da ist auch so eine Schleife. Also es ist echt süß verpackt. So. Ein Jutebeutel, glaube ich, ist das. So. Ach du heilige Scheiße. Oberhavel hat Popcorn bestellt. Welches ist das? Karamell. Ach, da wird meine Frau sich ja freuen. Weil ich wollte das selber auch kaufen. Karamell. Warte, ich mache mir nach oben. Ich wollte Karamell und Toffee wollte ich mir holen. Schoko habe ich noch nicht gefunden. Ich habe bei Amazon kein Popcorn gefunden, was mit Schoko ist. Aber ich weiß, dass es das gibt. Ich habe es bei Netto mal gesehen. Und das ist Mikrowellenpopcorn. Da. Das wird so reingemacht und dann ploppt das und dann kann man das essen. Von Chiyo ist das diesmal. Ich hatte schon mal was anderes. Normales Mikrowellenpopcorn. Also ganz normal. Und das habe ich mir gemacht, wo die drei Folgen von Sherlock kamen, die neuen, auf ARD. Und da habe ich dann halt abends immer Popcorn essen mit Frauchen und dann halt uns einen niedlichen gemacht. Ich packe das auch mal aus, dass ich euch so eine Tüte mal zeigen kann. Ich muss nur gucken, wo man das aufmacht. Und meine Frau, die liebt Karamell. Alles was mit Karamell zu tun hat. Brot auf Strich, Schokolade mit Karamell. Ja, das liebt die halt. So, da sind jetzt, wie viel? Ich muss mal kurz zählen, dass ich euch nichts falsch jetzt sage. Da sind jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf Packungen drin. Machen die nicht eigentlich immer gerade? So, nochmal. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Ja, elf. Da sind elf Stück drin. Hier steht auch drauf, elf mal 100 Gramm. Und das gibt es halt auch mit Toffee. So. Und so sieht das aus. So eine Tüte, eine Plastiktüte. Die macht man dann auf. Und hier hinten ist das auch erklärt. Macht dann in eine Mikrowelle und dann hat man Mikrowellenpopcorn. Ich werde das auf jeden Fall testen. Ich werde vielleicht dadurch, äh, dadurch, äh, damit auch noch ein Video machen. Dann kann ich euch auch sagen, wie es schmeckt. Aber morgen nicht. Morgen habe ich meine Magenspiegelung. Wenn dann vielleicht morgen Abend oder übermorgen. Da werdet ihr auf jeden Fall noch was sehen von. Und von mir aus, von hier nochmal einen richtig fetten Dank an Oberhavel. So, mache ich hier auch wieder rein. Ich werde meine Frau mit überraschen. Ich werde mal gucken, kriege ich so eine Schleife auch selber wieder zu? Ja, so, zwei Bänder haben sie. Das Video kommt sie nämlich noch nicht zum Gucken. Weil sie arbeiten ist. Die kommt morgen früh erst aus der Arbeit. Und dann werde ich sagen, hier kann es mal auspacken. Das haben wir geschenkt bekommen. Oh, die wird sich freuen. So. So. Und fast wie von Amazon. Also nicht so schön, aber praktisch. So, jetzt soll es für das Video auch gewesen sein. Jetzt kommen wir zu Odin. Wir shoppen. Hier liegt wirklich ein Arsch voll an Sachen. Wobei ich sagen muss, zwei Sachen waren es glaube ich dabei. Die habe ich nicht gekauft. Die eine Sache ist da mit bei. Die habe ich nicht gekauft. Die hat meine Mama gekauft. Ne, zwei Sachen glaube ich. Ich habe das gerade nicht im Überblick. Die hat meine Mama gekauft. Und ich habe sie bezahlt zwar. Aber ich kriege es von ihr denn wieder. So. Jetzt bin ich hier wirklich erstmal weg. Ich mache hier irgendwo einen Abonnierknopf hin. Und das Infozeichen kommt da oben hin. Oder was da? Ne, irgendwo ist das Infozeichen. Ich bin dann mal weg. Ahoi. Sagt euer Odin. Ich habe mir jetzt verbunden. Ich habe einresifer.